Hallo! Du läufst zum Bus, gehst eine Treppe hinauf oder trittst gegen einen Fußball. All diese Bewegungen, aber auch unbewusst ablaufende Bewegungen wie das Pumpen des Blutes durch das Herz, die Bewegung des Zwerchfells beim Atmen oder das Bewegen der Augen, werden durch die Arbeit von Muskeln hervorgerufen. In diesem Video möchte ich dir zeigen, welche Muskeln es gibt und wie sie aufgebaut sind. Danach kannst du leicht verstehen, wie die Kontraktion eines Muskels funktioniert. Hast du eine Idee, wie viele Muskeln du überhaupt besitzt? Jeder gesunde Mensch hat 656 Muskeln. Beim Mann ist der Anteil der Muskeln an der Gesamtkörpermasse meist höher als bei den Frauen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com